Ey man, das kann doch nicht wahr sein, das ist doch scheiß Horrorclowns, man. Immer dieses scheiß Horrorclowns! Willkommen zurück bei Kamin und Flexi, Freunde, und wir können euch nur so viel verraten. Begegne niemals um 3 Uhr nachts einen Horrorclown. Schaut es wieder bis zum Ende! Wir schauen uns jetzt zusammen mit euch richtig kranke Horrorclown-Pranksclips an, ey Leute. Deshalb, Kamin, würde ich mal sagen, ich starte das Video. So sicher? Ja! Let's go! Fünf Stunden später, Flexi? Hä? Wow! Der wurde entführt. Krass, ey, was geht denn jetzt ab, Alter? Heftig. Und ich hab dir gesagt, ich mag keine Clowns. Ey, den kennen wir, Mann. Das ist der klassische Horrorclown. Horrorclown? What the fuck, Freunde, Mann, krass. Überleg mal, wo waren die zu Hause oder so? Und du wachst jetzt auf? Voll krank, was da hinten hängt, Mann. Und auf einmal, ja, was ist das alles mit Plane, dass kein Blut spritzen kann? Weißt du, was ich meine? Ich frage mich, ob das ein Freund ist, Mann. Was ist das? Der bringt Wasser, Alter, was geht jetzt ab? Das Volter oder was? Wow. Nein, der... Ah, dass du aufwachst, der schießt auf dich, hä? Okay, 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 aber der Sack auf dem Kopf, Mann, das ist gefährlich, ey. Aber Profs, Ronaldo-Shirt, sehr, sehr nice. Hey, komm, der ist cool. Shit, ey, der klaut, der ist wirklich psycho, psyche, Mann. The fuck, Mann! Ja, der ist aufgewacht, was soll man sagen? Heftig. Der fragt sich, ich kann auch, was geht ab, wo bin ich hier? Ey, der ist richtig loko, Mann, gib. Ey, wie würdest du reagieren? Alter, Gartensäge, Mann. Die haben wir auch schon oft verwendet, um irgendwas zu zerstören, eigentlich. Ich bin da in den Extrem, Mann. Hä? Wow. Ich kann nicht hingucken, ey. Der kann sich ja nicht mal befreien, Alter. Leute, Mann, Leute. Ich weiß nicht, ey, ist das nur ein Spiel? Clowns machen auch Spiele, ey. Schau mal, der macht mich als erstes. Der macht den immer an, aus, an, aus, wie so ein Spiel und so. Ohne Witz. Aha. Warte. Er benutzt es doch nicht. Jetzt sieht er den auch. Aber ist gut. Der ist schon mal, ne, da würde ich mich auch erschrecken, wenn du siehst. Jetzt ist das, und wir sehen es ja schon seit Anfang des Videos. Er ist wahrscheinlich sein bester Freund, Mann. So lustig ist es auch nicht, das weiß ich selber. Ey, Mann, der ist ja irgendwo entführt, eingesperrt, gefesselt worden. Er kippt um, Mann. Und wir lachen, wenn du umhörst. Komm mal, das war gut. Ich glaube, das ist sein kleines Problem. Ey, das war gut. Komm mal, muss man lassen. Das ist sein kleines, ey. Aber man sieht gleich, jetzt hat das aufgelöst, oder? Nein. Wie gesagt, ich wollte gerade sagen, der Clown macht Spielchen. Er treibt Spiele. Höftiges Video, Mann, gleich zu Beginn, Mann, lass mal jetzt einen fetten Abo da, den abonnieren. Ist komplett kostenlos hier auf YouTube, Mann. Free. Oh, Mann. Dem Clown fällt auch nichts mehr ein, Leute, oder? Aber schon wieder die gleiche Serie. Ja, dem fällt da nichts mehr ein. Jetzt macht er den mal ein. Vielleicht wieder, er wollte, dass er liegt. Er wollte, dass er liegt. Spielt er nur, oder was macht er? Aber das... Oh. Okay. Noch ein krasser Horrorclown-Prank, Mann. Okay, okay, okay. Sieht spannend, Leute. Sagen wir mal, Tankstelle, okay. Du tankst, läufst, willst bezahlen, gehst in den Laden, alles willst du bezahlen. Da warten schon zwei Clowns auf dich. Da sind schon auf jeden Fall Clowns unterwegs, aber du willst bezahlen, was du gezeigt hast. Oh mein Gott, die arme. Die tut mir jetzt schon leid, Leute. Ich kann gar nicht hingucken, ey. Wir können alles sehen. Sie kann gar nichts sehen, dass hinter ihm jemand ist. Okay. Richtig creepy, Mann. Die haben sie auch falsch hingelegt, der müsste eigentlich am Eingang liegen. Ja. Aber hä? Random. Warum liegt der da überhaupt so? Zufall? Ich denke nicht, Mann. Jetzt aber. Jetzt. Ah. Okay. Und ich schau hinter ihr, hinter ihr. Und am Eingang, am Eingang. Wow, Leute, Mann. Die arme, Mann. Es tut mir richtig leid, Mann. Zum Glück sitzen wir und ihr hier zu Hause, sind sicherer. Müssen wir uns sowas nicht geben. Ich frag mich immer, du gehst Tankstelle, bezahlen und dann passiert sowas. Und es ist nur ein Prank, darf man nicht vergessen. Natürlich ist es nur ein Prank. Ich finde Spaß, Mann. Die Leute, das könnten wir zwei sein, so. Okay. Rettungswagen. Und da ist noch eine, keine Ahnung, ein Toter, ich weiß es nicht. Ich bin zu krank, Mann. Die Maske ist wirklich, bis jetzt die krasseste Maske, bis jetzt im ganzen Video. Das ist die krasseste Maske. Die verarschen, Mann, Flexi. Das ist die krasseste Maske. Mit Röffel. Was ist das, bitte? Wieso denn? Er fährt nicht aus dem Rettungswagen, sondern hinter dem Rettungswagen mit dem Röffel. Da kommt noch der nächste raus. Ja, guck mal, der schiebt die einfach weg. Der lässt die einfach wegfahren, so. Leute, ich verarsche, Mann. Aber auf jeden Fall gute Frise, diese gelben. Auch die Kopfhauern und alles passt, Mann, so. Dickhead, würde ich jetzt fast sagen, oder, Leute? Top-Kostüme. Eins plus von mir bis jetzt. Okay, jetzt sind wir wieder zurück im Supermarkt, in der Tanke. Tanke, genau. Er liegt wahrscheinlich immer noch so wie damals, wie beim ersten Prank. Er will wieder bezahlen. Der gleiche Clown, andere Person. Nur, es kann natürlich was anderes jetzt passieren. Jeder Mensch reagiert anders. Aber wenn er jetzt wieder dahin läuft, guck mal, er läuft wieder dahin. Das kann doch nicht sein. Er sucht den Verkäufer. Das ist doch kein Zufall, Mann. Aha. Wieder von hinten. Und es schmeckt. Schön, ey, Leute, Mann. Aber hä? Schau mal, das Gleiche, wie die Frau. Aber warte, nein, nein, nein. Er ist jetzt andere Richtung. Er wollte in die Ecke und rennt jetzt doch raus. Ich glaube, er schafft es raus. Gegen die Tür, oder? Besser. Die Frau ist in die Ecke und blieb dort. Er hat es geschafft. Ich habe alleine schon Angst verklaut. Toilette, gutes Setting, gefällt mir. Schön vorbereitet. Joker, okay. Ketchup. Jokermann. Auf jeden Fall nicht mit Ketchup gespart, sagen wir so. Und jetzt geht's ab, ey. Er muss auf die Toilette. Ihr müsst überlegen, du musst aufs Klo. Aber Flexi, man muss sagen, er zahlt keine 50 Cent in Amerika. Wie wir hier in Deutschland. Es gibt hier auch noch freie Toiletten. Das sind dann so freie Toiletten. Die sind dann so... Da sind dann genau solche freie Toiletten. Überleg mal, du hast übel Druck, du willst aufs Klo, stellst dich dahin und da kommt eine Kettensäge von unten. Guck hier, da kommt eine Kettensäge von unten. Hä? Shit. Der sitzt da auf der Toilette. Stopp, stopp, ich muss aufs Klo. Der Unterschied ist, der hat dich nicht mal aufs Klo gelassen. Der war schon direkt beim Toilette so. Der ist alle kacken, aber es passiert nichts. Guck, guck mal, der ist jetzt... Warte, ich sag jetzt... Jetzt ist er mittendrin beim Toiletten. Warum geht der da rein? Und wieso checkt ihr das nicht? Alles voller Blut, Leute, man. Offensichtlich alles voller Blut, die ganze Toilette. So richtig. Also erstens würde ich direkt zum Ausgang rennen und nicht in die Folge Spritze Toilette voller Blut. Squishy, squishy, man. Squishy. Da geht es wieder aufs Klo und wahrscheinlich jetzt... Der Klassiker. Hä? Die springen hoch, rennen raus und er rennt wenigstens ganz raus und nicht wieder irgendwo hin. Okay, es wird zum... Das Gleiche nochmal. Das lustige ist immer daran, wie reagieren die Leute. Jeder Mensch reagiert anders. Guck, der sitzt sogar ganz... Der sitzt sogar, du weißt? Der hat vor länger zu sitzen. Nehmt sein Handy fällt raus. Alles klar. Komm, ihr Leute. Schell, Hose. Mit Hose unten etwas schwieriger zu laufen, natürlich. Weg ist er, ja. Ratsfats, Leute. Sieht aus wie Joker, ey. Richtig krankes Make-up wieder so. Okay, neu ist alles klar. Toilette auch? Oh, die sind aber andersrum. Nein, andersrum. Okay, okay. Der Clown steht draußen, wartet. Die wollen eine schöne Zeit verbringen offensichtlich. Nein, auf dem Klo weiß ich nicht. Schon ein bisschen ekelhaft. Okay, krass, ey. Jetzt geht's ab. Nur die Frage ist, haben die abgeschlossen oder nicht? Oh, ne Spieluhr passt auch zu Clowns. Haben die abgeschlossen? Ich weiß es nicht, meine ich hoff's. Fuck, ich kann gar nicht hier gucken. Okay, die hören die Spieluhr. Weiß man. Okay. Du weißt, in so einem Raum hört man es noch deutlicher wegen dem HAL. Jetzt schätzen sie verdacht, sie kommen raus. Okay, raus. Psycho-Mis-Warte, warte, 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 warte. Du gehst raus, du siehst die Spieluhr. Und dann? Und jetzt? Oh mein Gott, oh mein Gott. Das musst du schon sehen. Das musst du... Hallo, der geht hin. Ah, what the fuck. Und der lässt sich allein wenden. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Und noch Feierlöscher am Ende. Der lässt sich einfach allein. Die arme Frau, Mann. Was ein... Ey, krank. Oh mein Gott, Mann. Die sind immer noch in der Toilette. Schatz, wo bist du? Nein, nur der Clown lässt sich nicht, lässt sich nicht raus. Und der feiert. Also alle auf Crack, diese Clown, ey. Das ist aber auch Klassiker. Es fällt alleine, dunkel, ja. Wahrscheinlich 3 Uhr nachts. Ja, aber Baby. Okay. Krank. Das ist aber nur die Stimme. Oh shit. Ich weiß, was kommt. Die schauen, was da schreit und die rennen. Aber mit Feuer hab ich auch nicht... Hä? Eine brennende Kettensäge, ey. Krass. Aber die stehen noch. Ich bin ehrlich. Ich werde schon längst weggerannt. Schon längst ewig, ey. Guck mal, die laufen so langsam zurück. Tick, tick, tick. Was gibt man denn ab, Alter? Flexi, Leute. Da schreit ein Baby, da kommt ein Clown und alles geht in Flammen auf. Chill dir so einen Schritt... Erstmal chill dir, dann gehst du einen Schritt zurück. Schaust noch, sowas passiert. Und ich werde schon längst weggerannt. Ich werde schon längst weggerannt. Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Scheiße? Alles gut? Alter, was ging grad ab, Flexi, Mann. Ey, Leute, das war jetzt viel zu heftig, Mann. Soll ich dir sagen, warum? Hä? Ich will heute Nacht noch gut schlafen und ihr bestimmt auch. Fertig, Mann. Deswegen, Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaltet zur nächsten Folge wieder ein. Keine Clowns-Folgen mehr. Ihr wisst schon. Abschalten, Mann. Abonniert. 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 Abonniert.